Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei The Long Dark. Bestes Sommerwetter. Oh weia. Ja, wie man sehen kann, ich bin ein bisschen leichter geworden. Ich habe mich ein bisschen erleichtert und kann jetzt wieder laufen. Und das müssen wir auch, denn da hinten ist ein Wolf, den müssen wir umlaufen. Dann rennen wir wieder mal ein bisschen schneller Richtung Stadt. Und, denn wir müssen zur Bank. Wir haben den Schlüssel des Bankschließfaches von der Oma. Und ich bin gespannt, was drin ist. Was hat uns die Oma damit zu sagen? Was will sie uns damit sagen? Schauen wir mal. So. Ich werde mal ein bisschen schneller. Ich habe immer noch ein bisschen Hoffnung, dass wir dadurch ein bisschen mehr Wärme kriegen, wenn wir uns bewegen. Aber ich glaube, wir kriegen dadurch eher negatives, also eher Kälte und Ausdauer weg. Mal sehen. So. So weit ist es auch nicht. So weit ist der Weg auch nicht. Wir kommen bestimmt relativ zügig an. Die ersten Gebäude können wir da hinten schon sehen. Also so ein weiter Weg ist das nicht. Auf der Karte sieht es alles eigentlich immer, wenn man jetzt mal so guckt, die Entfernung der Karte sind schon, da denkt man, oh Gott, so weit. Also wenn man einmal läuft, dann sieht man relativ zügig das Ziel vor Augen. So, ich höre schon Wölfe. Wir sollten schleunigst machen, dass wir Richtung Bank kommen, denn bis jetzt konnten wir die Wölfe gut verjagen und vertreiben. Aber ob das immer so abläuft, wage ich nicht vorherzusagen. Ja, es ist wieder sehr kalt, glaube ich. Das Wetter. Ja, es könnten wir zum Schneesturm werden. Aber wir gehen gleich mal ins Gebäude rein. Da ist vielleicht ein bisschen Wind geschützt. So, da ist die Bank. Ich bin echt gespannt, was da drin ist. Warum ist der Schlüssel da in dem Bauernhaus? Warum hat die Alte den nicht bei sich persönlich? Kein Wolf? Doch, der Leiden ist ein Wolf. Oder ist das... Ist das ein Wolf? Ja, das ist ein Wolf. So, rein in die gute Stube. Jetzt ist es gerade schön hell. Da können wir gerade schön sehen, wo wir hin müssen. So. Wollen wir mal gucken. Ich bin gespannt, was drin ist. 15 war es, glaube ich. Ich glaube, es war 15. So, Bankschließfach durchsuchen. Das Bankschließfach der grauen Mutter. Ein Schließfach, das den gestohlenen Gegenstand der grauen Mutter enthält. Okay, sie wurde also bestohlen und das wurde hier reingetan. Bargeld? Bargeld? Mehr nicht. Kehre zur Mutter zurück. Ich habe jetzt nur Geld gefunden. Das ist alles. Okay, wir gehen mal direkt nach gegenüber. Da kann ich uns mal direkt was dazu sagen. Oder war da noch mehr drin? Sie schickt uns los, um Geld zu holen, was eh nichts mehr wert ist. Zumindest hier in dieser Gegend. So. Mal schnell zur Mutter. Bevor da noch ein Wolf kommt. So. Die können ruhig mal hier draußen ein bisschen putzen. Die ganzen blutigen, roten Spuren hier. Wahrscheinlich sollen wir das auch noch tun. So. Wollen wir mal gucken, was sie jetzt dazu sagt. Hey, Mutter. Hey, Oma. Guck mal hier. Ich habe was für dich. Einfach. Achso, das Geld hat er rausgenommen, aber... Da ist aber was anderes drauf gewesen. Das hat er schon unterschlagen, sozusagen. Ah, Schmuck. Ich verstehe nicht. Du sagst, das würde mir helfen finden. Es wird. Es wird. Es wird. Ich muss mich finden, mein Freund. Du denkst, dass du okay hier bei dir bist? Du hast mehr gemacht für mich, als du wissen kannst, Mackenzie. Diese Pearls waren meine Lillies. Ich habe nicht gesehen, jemanden in der Farmhaus oder Bank, oder Bank, das war eine Lillie. Lillie war... Es geht nicht. Du hast... Du hast... in deine Foggy-Grey-Grey-Memorye? Vielleicht hast du Lillie und meine Freundin waren die gleiche? Ich bin sorry. Ich kann... Ich dachte, ich war dir helfen. Es ist okay. Hey, I don't think you're in any danger anymore. You should have enough supplies to last a while now. I'm sure help is on the way. Now that I have her pearls. Lily's things. What? Sorry, I don't understand. I needed the pearls to remember her, but... Now you can take her things. Upstairs, in her old room, her climbing gear, her maps. They can help you get out of Milton. The path through the mountains. You mean, there's another way out? Yes. My Lily was a climber. This would happen. She... Never mind that. Take the rope, the map, follow her path. It'll lead you out of Milton and deeper into the mountains. North, towards Perseverance-Mills. Okay. Nach Ausdauermühle. Toll übersetzt. Thank you. Now lead me to my memories, outsider. Go out there. And find your friend. And don't stop to think about Milton or Grey Mother again. We're the old world. This new world is for the strong, to survive. Ich werde jetzt immer an dich denken, meine Ersatz-Mutti. So, Erinnerungen. Und Lillys Thron-Schlüssel haben wir jetzt bekommen. Erinnerungen. Lilly. Who was she? You want to understand Lilly's story? Man who fell from the sky? I think I know enough about Boss to understand why you wanted her pearls. Then take them to Lily. Lilly's still here? In Milton? Why didn't she say so? Go find her. Take the pearls and give them to Lily. And then I can rest in peace. Also, wir sollen uns wahrscheinlich zum Friedhof... Oh, guck mal da, eine neue Suppe. Sie gönnt uns eine neue Suppe. Sehr gut. Also, ich vermute mal, wir werden Lilly nicht leben wiederfinden. Sie liegt irgendwo begraben. Besuche Lillys Grabstein. Ja, wusste ich's doch. Ja, ja. Die sagt ja schon, es ist so passiert. Als die Bergsteigerin war. Als sie den Berg bestiegen hat. Also, sie ist wahrscheinlich abgestürzt. Jetzt müssen wir ihr Grab finden. Aber bei der Kirche da hinten war... Äh... Habe ich gerade keinen... Habe ich damals ja in der Folge keinen Grabstein entdeckt mit dem Namen Lilly. Vielleicht gibt's hier auch noch einen weiteren Friedhof irgendwo. So, haben wir hier eigentlich schon... Haben wir eigentlich schon? Nein, haben wir noch nicht. Also, kein Wasser. Natürlich. Wir haben schon. Okay. So, jetzt dürfen wir wahrscheinlich auch hier ins Zimmer von Lilly rein und hier ein bisschen plündern. Ein Bett. Und da ist die Truhe. Okay, wir öffnen sie mal. Und finden was? Ein Kletterseil. Sehr gut. Brauchbare Klettersocken. Auch nicht schlecht. Und Lillys Karte. Ah, guck mal. Die führt aus Milton heraus. Das ist sehr wertvoll. Sehr, sehr wertvoll. Finde den Kletterbereich am Rande von Milton. Ich habe das Gefühl, das könnte leichter klingen als es ist, glaube ich. Ich glaube, wir werden bestimmt so unsere Probleme haben, da also hier wegzukommen. Vermute ich einfach mal ganz stark. So, wie sieht's aus? Wir sind wieder überladen. Wir sind wieder überladen. Das ist hier wieder ganz toll. Vielleicht können wir hier aber den Kühlschrank mal im Kurs ein bisschen füllen. Bevor wir uns den Weg auf den Weg machen. Wir haben ja auch noch andere Sachen offen. Ach, da ist doch der. Okay, war hier gegenüber auch noch ein paar Gräber? Weil wir waren nur hier links und rechts. Scheinbar ist aber hier auch noch ein Friedhof. Okay, da habe ich nicht geguckt. Da war ich natürlich nicht. So, danach müssen wir hier unbedingt mal hin. Und danach sollten wir uns aufmachen, das ganze, das Milton-Gebiet zu verlassen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Liegt eigentlich auf dem Weg, ne? Es liegt fast auf dem Weg. Wir müssen eh zum Friedhof. Dann können wir auch hier die Straße weitergehen zur Brücke. Die paar Meter. Ja, wenn wir das dann geschafft haben, können wir dann nochmal kurz zur Mutter gehen. Uns ausrüsten und ihr Lebtwohl sagen. Und dann machen wir uns auf Park von Milton. Ich hoffe wirklich, dass man da einigermaßen als schlechteste Game in der Welt über die Berge kommt. Oh Mann, ich bin gespannt. So, wie sieht's aus? Wir haben Essen und wir haben keinen Hunger. Egal. Aber ich nehme mir gerne die Suppe mit. Die nehme ich mir gerne mit. Die gute Frau hat uns ja eine schöne, wunderbare Suppe bereitet. Reden kann man nicht mehr mit ihr. Aber ich wollte mal kurz in den Kühlschrank gucken, ob ich da noch was reinpacken kann. Kühlschrank. Küche. Küche. Wir müssen uns noch ein bisschen entleeren. Die eine Axt können wir theoretisch auch mal wegpacken. Wir kommen ja wieder. Wir kommen ja wieder. Deswegen würde ich sagen, ich lasse die neue Axt hier. Die neue Axt, die Crowbar, nehme ich mir gerne mit. Das Geld, das Geld, das Geld bleibt auch hier. Ein bisschen was zu essen nehme ich mit. Hage, Butte, C. Ja komm, packen wir es mal. Alles umlagern. So, perfekt. Jetzt sind wir wieder ein bisschen leichter. Aber noch nicht genug leicht. Was kann man noch wegpacken? Haben wir hier noch irgendwo noch irgendwas zum Wegpacken. Werkzeug. Da ist eine Schlinge zum Jagen. Das Kletterseil braucht man ganz dringend. Den Topf und die Dose nehmen wir auf jeden Fall mit. Da können wir uns dann immer in irgendeinem Haus eine Basis aufbauen. So, was haben wir hier? Stoff würde ich gerne mitnehmen. Wir können das mal Verband bauen. Wir können uns theoretisch mal Verband machen. Es geht glaube ich nur an der Werkbank, oder? Kann man ja auch hier irgendwo Verband bauen. Ich gucke mal kurz. Kann man hier irgendwo Behälter umlagern, zurück. Ich gucke mal hier kurz zurück ins Menü. So, mal kurz gucken. Wenn ich jetzt den Stoff... Mal kurz schauen. Da ist Stoff. Aktion. Zerlegen. Oh, warte mal. Verband. Das ist normaler Stoff. Aktion. Und jetzt... Ah, doch, war doch richtig. War doch richtig. Jetzt macht der als Ausbeute zweimal Verband. Das machen wir mal. Das können wir uns mal. Vielleicht werden wir auch ein bisschen leichter. Naja, bedingt. Bedingt leichter. So, wir lassen noch ein bisschen was hier. Die Klettersocken. Die Klettersocken. Gucken wir uns nochmal ganz kurz an. Die haben wir schon an. Die haben wir schon an. Perfekt. Das ist gut. Wir packen nochmal ein bisschen was von der Kleidung in den... Zum frische Halten ins Gefrierfach. Das brauchen wir nur einmal. Was haben wir noch hier? Den Schal. Der brauchbare Wollschal. Den brauchen wir auf jeden Fall. Und das können wir eigentlich wegpacken. Bringt nur nicht sehr viel. Bringt nur nicht so viel. Diese eine Mütze da oben brauchbarer Wollmütze. McKenzie's Wollmütze. Ich glaube, der hat die McKenzie-Wollmütze auf. Glaube ich. Let's gucken. McKenzie's Wollmütze. Die kann man auch, denke ich mal, anziehen. Warte. Ja, die andere, die ist nicht gut. Deswegen werden wir uns die mal wegpacken. So. Brauchbare Wollmütze. Weg. So, wir sind hier fast... Es ist schwierig. Ich würde gerne so viel Nahrung mitnehmen, wie es geht, aber... Es ist schwierig. Tun wir mal ein bisschen was weg. Wir sind fast leer. Brauchen wir die überhaupt? Die Signalpatrone. Wir haben kein Gewehr dafür, also packen wir die mal weg. Wobei die gar nichts wiegt, ehrlich gesagt. Nähzeug. Wir nähen auch so schnell nichts. So. Der Streichhölzer wiegt fast gar nichts. So, jetzt gucken wir mal, was kann man noch wegpacken. Das ist Antiseptikum, sollte man mitnehmen. Ich gehe noch mal ganz kurz rum. Wir brauchen noch ein bisschen was. Wir müssen uns noch ein bisschen flotter unterwegs bewegen. Deswegen müssen wir eine Sache noch wegpacken. Wasser würde ich gerne mitnehmen, weil Wasser brauchen wir. Okay, komm, es reicht aber auch, ne, oder? Die packen wir auch weg. Ja, wir sind nur bedingt nicht mehr überladen. Dafür können wir uns aber ein bisschen besser bewegen. So, gehen wir mal direkt zur Kirche, würde ich vorschlagen. Gehen wir mal direkt zur Kirche und danach dann gucken wir mal, was wird zur Brücke gehen. Ich hoffe, das Wetter ist ein bisschen besser. Ich bin immer noch gespannt, wie es bei der Brücke ausschaut, da wo wir hin sollen, um Vorräte zu holen. Und angeblich. Ich habe da ein bisschen Sorge, dass da noch ein paar von den restlichen Banditen auf uns warten. Wir wissen auch nicht, ob dieser reiche Schnürsel noch da ist. Und wenn ja, wie bewaffnet ist er? Also, ich denke mal, das klingt zu einfach, dieses Ziel da, die Brücke, sich da Sachen zu holen. Es klingt, glaube ich, zu einfach. Ich glaube, da wird was auf uns warten. Hä? Huh? Was denn? Achso. Ich glaube, es ist sehr kalt und das Wetter könnte gleich wieder umschlagen. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Notfalls machen wir in der Kirche halt. Wir wissen ja, da ist ein Bett und eine Feuerstelle. Wobei ich jetzt nicht so das Zeug dabei habe, mir ein Feuer zu machen. So, ein Wolf ist gerade nicht hier. Das ist ganz gut. Dann rennen wir mal ein bisschen schneller durch. Und lassen wir uns mal wieder... Ah, da, guck mal da. Da ist noch unsere Lootstation, die wir damals da abgestellt haben. So, der Friedhof gegenüber war die Meldung. Das heißt, hier muss der Friedhof wohl sein. Wobei, da sehe ich nichts. Oder sind da auch noch Gräber? Da sind ja auch noch Gräber. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Ich habe die... Den anderen Friedhof gefunden. Und ich höre wieder ein paar Wälder. Natürlich. Was haben wir denn hier? Okay. So. Jessica Roy. Lydis Barker. Lydis. 69 bis 85. 70. Okay. Nicht sehr alt geworden, die Guter. Nicht sehr alt geworden. Ist dies denn... Ist dies denn? Liam Kaut. Muss es sein, oder? Perlen ablegen. Okay. Gut. Haben wir den Wunsch der Mutter erfüllt. Der letzte Wunsch einer liebenden Mutter. Hoffen wir mal, dass die Perlen noch da bleiben. Und nicht geklaut werden. Trophäe erhalten. Ein Kind zu verlieren. Das härteste, was einem Menschen passieren kann. Ruhe in Frieden, Lydis Barker. Und Dankeschön für deine Karte. Für deine Materialien. Ich werde versuchen, diese zu nutzen. Und vielleicht hilft sie mir ja. aus dem Land hier. Milton Town. Milton County. Zu entkommen. Gut. Die Straße müssen wir jetzt hier folgen. Wir folgen. Große Straße. Jetzt sind wir gerade hier. Und müssen da hinten an der nächsten Kreuzung. Rechts ab. Immer rechts halten. Über Straße. Okay. So, Hunger und Durst haben wir noch nicht. Das ist ganz gut. Uns geht es ganz gut. Und ich bin immer noch am überlegen. Das klingt zu einfach mit dem, was da an der Brücke auf uns warten soll. Ich glaube, da wird irgendwas auf uns warten. Ich glaube, da ist irgendetwas passiert da gleich. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Das klingt zu einfach. Es klingt einfach zu einfach. Oh nein. Wölfe. Milton. Ist das die Straße? Oder wo ist die Straße? Ne. Ein Stück müssen wir noch. Ein Stück müssen wir noch. Oh. Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Der Sturm hat auch hier gewütet. Der Sturm hat auch hier gewütet. Wir kriegen hier ordentlich Fallschaden. Oh, ich komme hier nicht durch, ne? Alter. Warum kann der eigentlich nicht springen, verdammt? Warum kann der nicht springen? Jetzt spring doch mal, Junge. Oh, leck mich doch im Arsch. Warum springt dieser Saft, sagt der nicht? Der kann einfach nicht springen, ey. Was ist das für eine unrealistische Scheiße? Der muss da hier irgendwie... Also ehrlich, ey. Liebe Entwickler, warum? So, jetzt geht's trotzdem. So, ich hab's doch geschafft. So. Ich muss echt aufpassen mit dem Fallschaden. Ich kann mir hier echt... Ich kann mir hier wirklich was holen. Okay, hier kann man sich notfalls... Das war so komisch ist... Ja, genau. Das war Luck-Pooling. Lassen wir mal einfach mal so. Das könnte bald dunkel werden, ne? So. War das jetzt hier schon die Straße? War hier schon die Abzweiten? Ne, hier war es noch nicht. Da vorne, glaube ich. Wir gehen aber, glaube ich, drauf zu. Wir gehen, glaube ich, richtig. Wir gehen, glaube ich, richtig. Ich glaube, wir gehen richtig. Wir gehen, glaube ich, richtig. Ja, wir gehen richtig. Wir müssen nur die Straße folgen. Wunderbar. Da bin ich ja mal gespannt. Zum Glück kann man hier im Reel wunderbar schon vom Weiten sehen, wo man hingeht. Ich hoffe, das wird uns hier helfen. Da können wir notfalls vielleicht passend reagieren, wenn wir in eine Schießerei oder keine Ahnung was reinkommen. Ich weiß es nicht. Wir müssen echt aufpassen. Und es ist zu ruhig hier. Sind alle Menschen tatsächlich... Oh, das sind fast alle Menschen echt weg. Ist das denn eine Höhle? Ist das eine Höhle? Okay, hoch kommt er nicht. Doch. Okay, das ist eine... Ja, okay. Ich habe keine Lust mehr, hier irgendwie den Fuß anzuschlagen. Da habe ich keinen Bock drauf. So, da ist ein Auto, wo wir wahrscheinlich notfalls im Schneesturm rein können. Oder wenn Wölfe kommen oder so. Verlassen das Auto. Jetzt haben wir auch eine Quo-Bar. Ja! Jetzt kriegen wir die Kofferräume auf. Geil! Toll! Hat es hier echt gelohnt, die Fahrt zum Mond. Oh, Mann! Oh, Mann, ey! Wie gemein! Jetzt können wir es eben aufmachen. Da ist nie was drin. Halleluja! So, Steine liegen überall hier. Man kann sich... Man kann sich... Ja, Kaninchen und sonstiges Gelumpe hier betäuben. Aber bis jetzt hatten wir Glück. Der Wolf hat uns bis jetzt immer... ...im Auftrag des Herrn uns ein bisschen Fleisch beschert. So, da ist die Brücke, glaube ich. Ist das die Brücke? Ist das die Brücke? Da ist die Brücke. Vorsicht, Jung. Vorsicht. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Boah, sieht alles cool aus. Ist das ein geiles Feeling hier. Ist das genial. Ja, ich glaube... ...das ist wirklich geheim. Von Fichtensturz. Ich wollte gerade sagen, von Fichtenfurz. Natürlich, da unten bestimmt. Da unten liegt einer. Da unten. Sind abgestürzt. Ja, super. Motorhaube öffnen. Hey! Können wir uns etwa... Können wir uns etwa ein Auto... ...ein Auto zusammenbauen? Geht das? Ist das wirklich so? Durchsuche den verlassenen Truck. Halleluja! Halleluja! Das war aber... Geheimvorrat erledigt. Das ist doch nicht, wir haben es. Haben wir das... Aber das ist wirklich... Runter würde ich gerne, weil da unten liegt einer. Ich muss irgendwie gucken, wenn ich runterkomme. Okay, wir können Batterien mitnehmen. Ich glaube, wir können keine Autos zusammenbauen. Das klappt, glaube ich, nicht. Ich glaube, das wird nicht funktionieren mit dem... Oh, das erste Mal, dass wir was drin haben. Das erste Mal, dass da was drin ist. Wie geil! Und neue Lederschuhe. Und Wölfe. Okay, die Batterie lassen wir mal, oder? Warte. Hä? Wo können wir hier runter? Komm mal da runter irgendwo? Ich bin ja überladen. Ich muss aufpassen. Hier ist aber auch kein Haus mehr, ne? Hier ist kein Haus mehr, verdammt. Okay, wir haben Vorräte gekriegt. Wir haben Vorräte gekriegt. Und wir haben Hunger und Durst. Haben wir eigentlich relativ gut überstanden. Aber es ist zu ruhig hier, ehrlich gesagt. Es ist echt zu ruhig. Das war zu einfach. Wie kommt man jetzt hier runter? Da unten lag eine Leiche. Ich konnte eine Leiche sehen. Rennen kann ich gerade nicht. Rennen kann ich gerade nicht. Wie kommt man da runter? Kommt man da überhaupt runter? Der Saft, da kann ja nicht springen. Das ist ja gerade der Müll. Der Saft, da kann ja hier nicht runterspringen. Ich meine, ich hätte da eine Leiche gesehen da unten. Wo geht es hier eigentlich noch hin? Mal kurz gucken. Okay, hier hört es hinterher auf. Ich vermute mal, da kommt nichts. Da kommt nichts mehr. Wie komme ich jetzt da irgendwie runter? Ich bin natürlich überladen, natürlich. Die Schuhe können wir theoretisch auch hier lassen. Das ist eigentlich egal. Wie kommt man da? Okay, das sind unsere Fußsprung, glaube ich. Da lag doch gerade einer, oder? Oder habe ich mich da irgendwie vertan? Ich habe da doch gerade jemanden gesehen, als ich da an der Brücke stand. Okay, ich komme irgendwie, komme ich runter. Da liegt ein Auto. Da sehe ich eins. Ist das eine gute Idee, was ich hier mache? Und da liegt einer, da hinten liegt einer. Das Problem ist, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich komme hier nicht mehr hoch, oder? Ich komme hier nicht mehr hoch. Ich werde hier nicht mehr hochkommen. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Das wird ein Himmelfahrtskommando. Aber ich wüsste gerade nicht, wie ich sonst hier runterkomme. Und vor allem, wie komme ich hier hinterher wieder hoch? Jedenfalls liegt da einer. Umsonst liegt der da nicht. Umsonst liegt der da nicht. Umsonst liegt der da nicht. Oh, Alter, ich werde sterben. Ich werde hier sowas von sterben. Ich werde hier sowas von sterben. Ich komme hier nicht, ich komme hier einfach nicht runter, oder? Doch, ich komme runter. Ich komme runter, Alter. Ich werde es schaffen. Ich werde es vielleicht schaffen. Vielleicht mit ein bisschen... ...mit ein paar Knochenbrüchen. Okay, ich bin unten. Ich bin unten. Okay, wie sieht es aus? Wie bin ich jetzt drauf? Verstauungsrisiko. Es ist nur ein Risiko. Aber mir geht es gut. Ich möchte nur wissen. Ich möchte einfach nur wissen. Dieser Hase da ist ja auch sehr verdächtig. Ich habe das Gefühl, wir sollen nicht hier sein. Ich habe das Gefühl, wir sollen nicht hier sein. Nein! Jetzt habe ich es genommen. Oh, Mann. Jetzt habe ich einmal genommen. Ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen, verdammt. Oh, Mann. Aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Ich weiß jetzt, wie man ein Kandienchen erledigt. So, da unten ist ein Wagen. Umsonst ist der nicht hier. Umsonst ist dieser Wagen nicht hier. Und ich bin heil irgendwie runtergekommen. Jetzt hoffe ich mal, dass ich auch wieder hochkomme. Da liegt eine Leiche. Die Musik. So passend. Wird das unser Grab sein? Ah. Wird das unser Grab sein? Wahrscheinlich schon. Toll. Hey, Kollege. Wolf-Häustlinge. Oh, guck mal. Der hat sogar ein Essen dabei gehabt. Hat sich schon wieder halb belohnt. sich hier fast zu verletzen. Okay. Hier gibt es auf jeden Fall Kaninchen. Wo gehen wir jetzt da hin? Können wir hier irgendwie wieder rauskommen? Haben wir eine Chance? Wir kommen vielleicht hier raus. Wenn wir vielleicht hier weiter gehen. Kommen wir vielleicht hier hin. Könnte vielleicht funktionieren. Uns geht es auch gut. Essen und Trinken brauchen wir nicht. Wir kommen ganz gut zurecht. Wir sind natürlich sehr voll geladen. Vielleicht kommen wir hier irgendwie da hinten irgendwo hoch. Da vielleicht. Das ist zu steil, ne? Das schaffen wir nicht. Das ist wirklich zu steil. Wir hatten mehr Glück als Verstand. Normalerweise hätte er sich hier was brechen müssen. Er hätte sich was brechen müssen. Definitiv. Wir sind zu langsam, ne? Wir sind sehr schwer dabei. Wir sind ziemlich schwer dabei. Wir haben so viel Zeug. Die Batterie, die haut rein. Die haut rein. Komm. Die kommt weg. Ausbeute Bleischrott. Okay. Kann man die fallen lassen? Kann man die irgendwie ablegen? 32. Perfekt. Ist ein bisschen weniger. Jetzt wissen wir ja, dass wir in dem Motorraum Batterien finden können. Ey, guck mal. Haben wir die schon vorher gehabt? Ich glaube schon, ne? Leuchtpistole. Ich hab sie nur nicht gesehen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Fällt mir jetzt gerade so auf. So. Teoretisch können wir auch hier ein bisschen was wegpacken. Damit wir ein bisschen schneller laufen können. Oder geht das? Es geht. Wir können ein bisschen schneller laufen. Wir brauchen nichts abzulegen. Wenn ich Glück habe, kommen wir hier irgendwie durch. Aber ich glaube, es sieht schlecht aus. Wir können auch ein bisschen laufen. Wunderbar. Können wir hier vielleicht irgendwo weitergehen? Da sind ein paar Holzdinger. Als wenn das... Als wenn man da irgendwie drüber gehen könnte. Und sonst ist das hier nicht so. Ich glaube, es funktioniert. Ich glaube, wir haben mal Chancen, dass wir hier rauskommen. Okay, die Wölfe. Egal. Die Wölfe sind jetzt erstmal egal. Ich glaube, wir kommen hier hoch. Ich glaube, wir kommen hier wieder raus. Vielleicht kommen wir hier irgendwie wieder raus. Wir müssen nur irgendwie schauen, dass wir ein bisschen höher kommen. Verloren in der Wildnis Kanadas. In der Wildnis Miltons. Ich muss einen Blick auf die Karte werfen. Wir könnten das schaffen. Wir gehen auf den Weg Richtung Weg. Da ist die Straße, oder? Ist das die Straße? Ne. Ist das die Straße? Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Brücke überlebt. Wir sind unten gewesen. Halleluja. Wir sind unten gewesen. Halleluja. Sehr, sehr gut. Ah, rechtzeitig noch bevor es dunkel wird. Sehr, sehr gut. Haben wir die Brücke erledigt. Und auch für die Mutter den Gefallen getan. Die Perlen wegzubringen zum Grab der Tochter. Da ist ein Wolf. Da ist ein Wolf. Geheilt. Verstarrungsrisiko. Es ist geheilt. Sehr gut. Cool. Das gefällt mir gut. So, schnell weg. Da ist ein Wolf. Ränder vorbei. Bevor es dunkel wird. Wir haben Glück gehabt. Das Wetter war echt gut. Heute war es echt ein guter Ausflugstag. Ich glaube, wir konnten relativ gut durch. Hau ab. Hau ab. Hau so ab. Sitz, Platz, mach Männchen. Stell dich tot. Ich muss weg. Ich sollte hier weg. Ich sollte unverzüglich hier weg. Ich werde irgendwann sterben. Irgendwann werde ich das Glück nicht mehr haben. Irgendwann werde ich das Glück nicht mehr haben. Da wird mich der Wolf bestimmt zerfleischen. So, da unten müssen wir da, glaube ich, lang. Da ist die Gabelung, ne? Wir müssen genau da, glaube ich, lang. War das so? Kann man irgendwie gucken in die Richtung? Ja, da müssen wir lang. Okay, da gehen wir jetzt irgendwie. Müssen wir da jetzt. Eigentlich hätten wir den Sturz von der Brücke irgendwie verletzt. Verlassen müssen. Das war, glaube ich, noch leicht buggy. Eigentlich hätten wir da echt mit einem Knochenbruch. Das war schon sehr unrealistisch, wie wir da die Brücke runtergegangen sind. Das war schon nicht ganz real. Das Spiel hat schon sehr viele realistische Züge. Gar keine Frage. Also manche Dinge sind schon... Die passen nicht so ganz. Aber egal. Egal. Ich freue mich drauf. Drüber. Haben wir die Brücke mal nochmal kontrolliert. Die letzten Vorräte geholt. Des reichen Fuzzis. So, da hinten ist die Kirche. Wunderbar. Da sind wir auch gleich wieder bei der Mutter. Bei der Oma. Wunderbar. Haben wir mal die Brechstange ausprobiert. So, Durst. Ja, okay. Wir können ja vielleicht... Hallo. Mein, mein Freund. Hallo. Ja, was haben wir denn da? Da hat uns aber einer geholfen. Dann möchte uns der Herrgott wieder ein Stück Fleisch geben. Der Herrgott möchte uns ein Stück Fleisch geben. Wir brauchen gar nicht selbst zu jagen. Der Herrgott sorgt dafür, dass wir nicht verhungern. Der Herrgott hilft uns. Er schickt uns Fleisch. Boah, es sieht so cool aus, ne? Es sieht einfach nur sowas von cool aus hier. Hammer. Oh, passend dazu kommt natürlich ein Schneesturm. Aber macht nichts. Wir sind gleich da. Wir sind gleich wieder zurück. Da haben wir den Tag wunderbar genutzt, um einen schönen Ausflug. Um den schönen, weiten Miltons, Milt Counties zu unternehmen. Wir werden den Tag überleben, glaube ich. Haben sogar ein bisschen Fleisch gefunden. Wunderbar. Gut, dann haben wir tatsächlich zwei wichtige Punkte abgearbeitet, um brauchen wir nur noch, uns auszurüsten. Dann werden wir uns dann aufmachen, dieses Tal zu verlassen. Dann müssen wir jetzt genau überlegen, was wir mitnehmen. Ich würde sagen, Vorräte und Ende. Also Vorräte am meisten. Und die zwei Äxte würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Quobar. Auf jeden Fall Vorräte. Das machen wir. Aber da werde ich mich mal im Offline-Modus mal ein bisschen drüber nachdenken und beschäftigen. Was man jetzt da genau mitnehmen muss. Gucken wir mal im Kurs, können wir die Motorhaube aufmachen? Ging ja schon vorher. Das ging aber schon vorher. Okay, es gab also auch schon vorher Batterien, die wir uns mitnehmen konnten. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Uns geht es noch gut, also können wir mal im Kurs die Autos hier nochmal angucken, die wir hier noch stehen haben. Vielleicht finden wir ja noch ein paar nette Dinge. Aber leider... Leider, leider. So, dann rutschen wir ja noch das schöne Fleisch, was der Gott uns beschert hat. Wir haben einen wunderschönen Tag. Ne, Fleisch ist weg, leider. Ich dachte, das wäre vielleicht respawned. Ich dachte, das wäre vielleicht respawned, aber... Einmal weggenommen, ist weggenommen. So. Gut. Dann gehen wir mal zur... Zur Oma. Berichten ihr von dem, was wir getan haben. Und dann beenden wir den Tag für euch. Wir haben es geschafft. Wir haben heute echt einiges mit viel Glück überstanden. Gefällt mir gut. So. Wir brutzeln mal ein bisschen Fleisch. Schmelzen noch mal ein bisschen Wasser dazu. Moin Oma. Moin. Oh. Huch. Bergsteigerstiefel. Und noch ein bisschen Suppe. Ähm. Was möchtest du mir sagen? Du möchtest doch nicht immer mitkommen, oder? Ja. Mit 16 Jahren. Respekt. Respekt. Ich habe Angst, dass sie wegzunehmen. Sie kämpft, bitterlich. Und sie hat sich verlassen. Sie hat sich, da, in den Metern, in den Wildern. Lose ein Kind ist... Ich werde es tun, Mutter. 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 Ich hoffe, was wir noch machen müssen. Das einzige Ziel ist das verlorene Paradies. Ja, das werden wir in der nächsten Folge machen. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen ausrüsten. Ich werde mal überlegen, was ich mitnehme. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann auf für eine kleine Kletterpartie. Und ich hoffe, das wird für uns erfolgreich. Mal sehen, wie oft ich da einen Versuch starten muss. Es könnte sein, dass wir da hier und da vielleicht mal mehrere Versuche brauchen. Aber wir gucken mal. Ja, hat auf jeden Fall bis hierhin wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich sehr, dass ich mich endlich dazu bewogen habe, das Spiel mal zu spielen. Das macht echt Spaß, das Spiel. Ein super geiles Spiel. So, ich muss echt überlegen, was ich mitnehme. Auf jeden Fall sehr viel essen und trinken. Die wichtigsten Werkzeuge. Und dann muss ich schauen, dass ich dann so gerade eben überladen bin. Also so kurz davor. Ich überlege mal, was ich mitnehme. Wir sind bis jetzt ganz gut zurechtgekommen. Wir brauchten eigentlich nicht unbedingt viele Verbände und Schmerzmittel. Ich werde mal genau gucken, wo ich mitnehme. Und in der nächsten Folge machen wir uns dann gleich auf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr könnt mir gerne mal Tipps und Tricks schreiben. Und Anregungen, Lob und sonstiges. Gerne mal ein Abo dalassen mit Glocke. Dann werdet ihr sofort informiert, wenn ein neues Video erscheint. Von The Long Dark oder von anderen Spielen. Und einen Daumen nach oben wäre auch nicht schlecht. Würde mich sehr freuen. Ansonsten sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war eine weitere Folge. Eine sehr interessante Folge von The Long Dark auf meinem Kanal. Also, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Und jetzt heißt es aufwärmen und nachdenken und ausruhen. Also, macht es gut. Ciao. Mit V.